Moin und willkommen bei superschönem sonnigem Wetter mit blauem Himmel. Ja, der erste Sonnentag mit warmen Temperaturen und auf geht's ins Toverland. Hurra, ich bin im holländischen Film, in dem magischen Film. Ja, it's the magic members. Ja, ab in den magischen Plan. Los geht's. Aber für euch noch vorher das Intro. Ich bin im holländischen Film. Und jetzt ganz schnell zur ersten Attraktion, weil die erste Attraktion vor dem Park war schon geschlossen. Oh, ganz schnell, 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 schnell. Oh, die Kruselmonsters. Nein, nein, falsche Zeit. Der Vorhang ist nicht da. Ja, er ist damit zu gruselig. Ein Ige-Magen, die näherer Vorhang habe ich hingemacht. Ja, der ist immer... Ja, Leute, nach dem Frühstück und einer schönen magischen Show, die es hier extra auf dem Kanal geben wird. Das ist einfach zu lang hier. Ich will die Vlogs halten und die Show ist schoß. Das ist, glaube ich, für alle besser. Ah, da kommt eine Franny Kuschel. Ja. Und jetzt geht's auf... Was machen wir jetzt? Django River. Einmal durchdrehen, weil Rafting is my thing. Ich brauch eine Abkühlung. Sind noch welche? Ja. Oh mein Gott. Und los geht's. Tada. Tada. Haha. Aus. Aus. Warum wimmst du mich auf? Nein. Ah. Ich wusste es. Ich wusste es. Du wolltest Abkühlung haben. Aber ich bin auch besser geworden. Ich kann mal probieren. Das ist doch ein Problem. Oh. Da kommt nichts. Egal. Nein. Wo? Schade. Hier gab es mal Wasser. Nein. Ja, das liegt daran. Die brauchen das Wasser für die 10.000 Liter Show. Nein. Aus. Boah. Du Schwein. Ich. Wieso ich Schwein? Nein. Grunz, grunz. Er hat extra gemantelt. Ja, ja. Großer Mackenlack. Ich mach da einfach grunz, grunz. Ja, Schwein. Grunz, grunz. Ja, Schwein. Da. Zurück. Komm, dreh dich noch ein bisschen. Komm, komm. Jetzt, Marc. Lass, lass. Lach nicht. Ja. Habt ihr Glück, dass der Wasserfall aussieht. Weinen denn die Babys? Wir pinkeln denn die Babys heute? Bestimmt nicht. Ne, auch nicht. Was geht denn hier? Der will dem Bubi ein paar Konkurrenz machen. Ja. Muss ich mir doch noch einen anderen Park aussuchen. Hat mir einen Europa-Park. Ja. Wenn alle Parks jetzt hier da machen, unfähig zu werden. Und nichts mehr auf der Kette kriegen. Können wir kurz mal hier stehen bleiben? Ich will nicht. Ich hab meine Katare noch gar nicht. Dreck ins Auge. Dreck ins Auge. Meine Brille ist total nass. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Ich hab Hunger. Ui, ich krieg Drehblor. Hallo. Ja. Nein. Bist du mehr durch? Nur durchgereicht die Welle. Ja, einmal. Ja. Mano. Außer am Anfang bin ich ja nicht nass geworden. Ich auch nicht. Timmy spritzt sich selber ins Gesicht. Top. Die Wette gilt. Scheiße. Mag kein besser spritzen wie du. Ich spritze. Hey, warum ist deine Brille so nass? Das war aber nicht die Rafting-Anlage. Ja. Leute, nach einer schönen Rafting-Bahn geht es jetzt ab nach... Phoenix. Phoenix. Ja. Los geht's. Now 3 andra líderes JahrА». Ja, welche Säenler läuft hinterher? Als du entscheidest. also geht's ab nach rechts Zug 1, Wagen 3 in Strider slash hit 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020